So, und da sind wir auch schon wieder. Als nächstes wird Rai in der Arena kämpfen. Er hat sein Zeug schon genommen. Und... Ja, ich warte so noch drauf, dass meine Schwester kommt und mir hilft, den Kampf zu starten, denn drei Hände habe ich nicht. Was hast du denn leckeres mitgenommen? Ah, mein... Ey, die werden... Das ist doch Zartbitter. Seit wann wachst du Zartbitter? Na, egal. Okay, aber gib mir was ab. Du bist gemein. So, und... Dann schreibe ich noch. Schnell los und auf los geht's. Los! Ups! So, jetzt habe ich schon wieder ausgestartet. Ah, du, ich hatte ja jetzt am Start zwei schnelle Ticks gehabt. Aber es hat nicht viel gebracht. So, dann gucken wir doch mal, wie Rai sich schlägt. Mein Geheimfavorit kommt ja noch. Ah, wo war er? Hat sich da unten... Oh. Man hört viel Au-Au-Au von ihm. Also, Angel möchte an dieser Stelle seine Oma grüßen und Hallo Oma schreien und gib mir mal so ein Ding ab. Ich muss hier kommentieren die ganze Zeit. Oh. Naja, er nutzt wirklich aktiv die Dinger. Ui. Bumm. Und wieder? Ja? Nein. Der Creeper will aber was. Hey. Jetzt holt ihr schnell das Schnitzel. Hat er getan? Danke. Meine Schwester hat mich gerade asoziales Arschgesicht genannt, weil ich hier die Kekse weg esse. Und jetzt würde ich durch... Ja, durch das Portal. Oh, in die Hunde. Man sieht hier schon gar nicht mehr, welche Pfeile von wem kommen. Er macht geschickt. Er weicht den Rest nur aus und jagt die Schweine-Zombies. Und wer wird ihm das auf Dauer Glück bringen? Hm. Momentan ist es recht ruhig. Der eine... Johann da, der da jetzt drauf baut. Ja, das ist Feige schon fast. Er stellt sich in die Ecke und wartet ab. Ey. Was ist das für ein Feigling? Er hat sogar noch Zeit zu schreiben hier. Oh, jetzt in die Kühe. Mein Gott, er holt Zeit. Er holt Zeit gut. Er macht's geschickt. Er nutzt wirklich die Arena. Oh, aber jetzt ist Ende. 2,18. Und da... Da haben sich noch zwei gekloppt. Aber die gehören nicht zu unseren Spielern. Oder lebt der noch? Lebt rein noch? Ja, hab ich doch gesehen. Aber wieso haben die es ja gekloppt? So, wir machen kurz eine Unterbrechung.